hey freunde herzlich willkommen zum zweiten teil meines leopard gecko videos schön dass ihr am start seid sorry dass es so lange gedauert hat falls ihr jetzt heute das erste mal hier auf dem channel seit oder das video anschaut ich verlinke euch auf jeden fall den ersten teil oben den sollte die auf jeden fall vorher anschauen bevor jetzt hier weiter guckt da seht ihr nämlich die ganzen grundaufbau gemacht habe also nun zu dem was ich hier gemacht habe ich habe jetzt grundsätzlich erstmal fliesenkleber angemischt ein bisschen schwarze farbe mit rein getan um ein bisschen dunkler zu machen damit werde ich jetzt erstmal die komplette rückwand bestreichen ganz cool ist wenn man zwischendurch mal ein bisschen hilfe bekommt dann geht es auf jeden fall viel schneller das ist übrigens ganz normaler fliesenkleber also flexi kleber aus dem baumarkt da würde ich darauf schauen dass man auf jeden fall flexi kleber nimmt weil der eine gewisse dehnung zulässt ohne direkt brüchig zu werden um den fliesenkleber zu färben können wir ganz normal abdeckfarbe aus dem baumarkt nehmen je nachdem welche farbgestaltung ihrem terrarium machen wollte müssen natürlich verschiedene nehmen so wie wir die technik hier machen von dunkel nach hell arbeiten das werdet ihr gleich sehen brauche ich schwarz und weiß das bedeutet wenn ich grautöne haben möchte dann mische ich schwarz und weiß eben zusammen mit dem fliesenkleber für die erste schicht nehmen wir erstmal diesen kleber mit ein bisschen schwarzen also so dass man erstmal alles komplett beschichtet hat und noch ein profi tipp den ich schon wieder nicht befolgt habe klebt alles ab was nicht mit fliesenkleber in kontakt kommen soll ich habe mir die seitenbände total versaut ich habe alles mögliche total versaut und so ist es halt wenn ich hören will muss wenn das hier leicht angetrocknet ist dann sieht man auch diese einzelnen zipfel die drücke ich ganz gerne mit dem handschuh dann an das gibt so eine coole steinoptik es ist halt wie in der natur so ein bisschen versetzt und verschiedene segmente das habe ich beim kompletten terrarium halt gemacht die gangflächen die habe ich auf jeden fall mit der hand erst mal so ein bisschen glatt gestrichen so dass ich die später noch vernünftig besanden kann und verschiedene einzelne spitzen oder sonstige sachen die da entstehen beim bestreichen eben glatt gemacht habe wenn das terrarium dann komplett getrocknet ist dann können wir die nächste schicht drauf tun dafür nehme ich wieder fliesenkleber und tue eben viel mehr schwarz rein und so mache ich dann auch die zweite dickere schicht auf das terrarium drauf später kommt ja noch eine andere farbe drauf die dann wieder heller wird aber jetzt erstmal alles komplett dunkel bestreichen so kann man auch ganz gut sehen wie später die optik sein wird wenn es eben ziemlich dunkel ist und dann kann man immer noch entscheiden man das ganze jetzt heller machen möchte oder ob man es doch vielleicht dunkel lässt ist immer geschmackssache aber für unsere optik müssen wir zuerst sehr dunkel machen und danach arbeiten wir wieder heller hier kommen jetzt zum beispiel sehen wie es komplett getrocknet aussah das ist immer noch sehr hell geworden das heißt der effekt man zuerst sieht das ist nicht der resultierende effekt der wand das bedeutet es wird auf jeden fall immer ein bisschen heller wenn man das immer noch zu hell war habe ich es wieder komplett trocknen lassen das ist super wichtig dass man es immer möglich trocknen lässt weil sonst reibt man sich die alte schicht wieder ab mit der neuen farbe ich habe jetzt hier unsere ganzen ritzen wieder mit flexi kleber und dunklerer farbe noch mal nachgearbeitet das mache ich beim kompletten terrarium damit erziele ich so einen tiefen effekt das finde ich persönlich irgendwie ganz cool das gefällt mir am besten deswegen mache ich das immer so das ist auf jeden fall coole sache also letztendlich könnt ihr das machen wie ihr wollt dadurch dass man die möglichkeit hat super oft drüber zu gehen wenn man dünn arbeitet kann man super viele coole kombis machen den gleichen flexi kleber den wir für die wand genommen haben den habe ich auch für den boden genommen dafür muss ich erstmal das was ich nicht abgeklebt habe wieder hier abkratzen total ätzend das bedeutet am besten abkleben leute auch in anderen bereichen wie zum beispiel am rand hat das gut funktioniert mit dem spachtel das abzukratzen aber man beschädigt hat so ein bisschen das material das sind das ist halt total viel aufwand der ein bisschen unnötig ist das heißt wenn man gutes tape nimmt kann man sich viel zusätzliche arbeit ersparen auch im lüftungsbereich oben was ziemlich ätzend das abzukratzen da habe ich nämlich extrem viele kratzer hinterlassen das war ziemlich ärgerlich aber kann man nichts machen außer eben abkleben also weiter mit dem mittelbereich für den tempelbereich nehmen wir eine einheitliche farbe auch viel heller als die rückwand da das ganze sage ich mal die gleichen steine sein sollen habe ich eben nur in einer farbe gemacht um so ein bisschen alte optik reinzukriegen habe ich den pinsel von einfach umgedreht beziehungsweise mein messer genommen und also kratzer und risse und sonstige sachen reingezeichnet wenn das ganze dann komplett trocken ist dann können wir anfangen stein optik auf unsere steine zu bringen das kann man einfach mit der hand machen oder ich mache es mal mit der hand das ist irgendwie am einfachsten dafür nehme ich mir wieder meine helle farbe und mich das überall rein an die oberen stellen wo ich eben mit den fingern dran komme mit dem langen pinsel gehe ich noch mal wenn er ziemlich trocken ist überall so ein bisschen rein weil dann die herausstehenden krümel und was weiß ich was eine helloptik bekommen das kann man übrigens auch ziemlich cool mit einem schwamm oder mit so folie oder tüte machen das habe ich auch schon mal bei einem anderen geraden gemacht das hat ganz gut funktioniert wenn unser bodenbereich komplett frei gekratzt ist dann können wir anfangen die fugen zu machen dafür einfach alles schön kräftig einreiben falls es zu dick flüssig ist kann man auch noch ein bisschen wasser drauf und aber auf jeden fall nicht zu viel so dass es eben komplett in die fugen runter sickert ich habe das jetzt hier direkt mit dem lappen noch mal abgewischt das kann man auf jeden fall immer so machen leicht feucht und dann drüber gehen und quasi nochmals richtig einmassieren so dass es eben danach eine glatte nur noch ganz dünn benetzte oberfläche ist und wenn es dann komplett trocken ist kann man eben noch mal mit der rauen seite des schwammes drüber gehen und kriegt eben das ergebnis was ihr hier sehen könnt weiter zur rückwand da kommt jetzt wieder die nächste farbe darauf da habe ich jetzt wirklichen versuchen richtigen grauton zu mischen aber insgesamt könnt ihr sehen das ist jetzt schon wieder sehr hell geworden deswegen habe ich noch mal dunkle angemischt und geht es noch mal mit meiner hand über um eben ja so eine grauere felsoptik zu bekommen wenn dann irgendwann das ergebnis gefällt dann kann man zu lassen und weitermachen mit dem grundbau des terrariums so gefällt es mir auf jeden fall ziemlich gut es ist sehr grau meine tiere sind zum beispiel orange weiß das heißt ich finde es ist ein cooler kontrast also wenn uns das ganze gefällt geht es also weiter mit dem nächsten teil wenn alles komplett trocken ist dann können wir oben noch mal alles glatt machen so dass das dach später drauf passt und dann die rückwand richtig lackieren zu können dafür habe ich spielzeuglack genommen da könnt ihr den blauen engel sehen und auch eine die norm die muss da draufstehen das ist speichel echt das ist glaube ich die n 71-3 oder so müsst ihr auf jeden fall mal drauf schauen oder eben google im internet ich mache es ja nur noch besten wissen und gewissen aber bitte erkundigt euch auf jeden fall ja den spielzeuglack den verteile ich auch mit einem pinsel dann auf die komplett getrocknete rückwand es darf auf jeden fall da nichts mehr nass sein wenn da noch irgendwas nicht getrocknet ist dann ist es auf jeden fall echt blöd den lack trage ich überall schön auf es darf keine allzu dicke wulsen irgendwo sein sonst kann es sein dass das so ein bisschen milchig ist sage ich mal die gänge die wir hier lackieren und da werde ich auf jeden fall später noch sand drauf tun ihr könnt auch zum beispiel zuerst nur die komplette rückwand lackieren und danach die gänge und dann die gänge besandten das ist auf jeden fall einfacher ich habe es jetzt hier wieder alles auf einmal gemacht und theoretisch muss man das becken übrigens nicht lackieren kann man machen wenn man möchte muss man nicht ich finde es ganz cool es ist auf jeden fall ein bisschen schlagfester es ist bitterungsbeständiger vor allem wenn man mal gerne sage ich mal feucht die stellen sauber macht wo die geckos hinkoten und sowas finde ich viel cooler aber muss man auf jeden fall nicht außerdem bringt es eine coole glanz optik mit rein gefällt mir auch sehr gut so was wir jetzt noch vorbereiten müssen ist unser einlass für den kabelkanal muss man theoretisch auch nicht so machen ich mache es so es gibt auch lampen die kann man von oben durch die decke schrauben aber ich will es von hinten kommen lassen weil ich dann war auf das terrarium noch weitere sachen drauf tun kann dafür habe ich zwei einlässe gemacht jeweils halb links und halb rechts so dass ich mit den kabelkanälen da frickeln kann und ich möchte oder es eben versiegeln muss falls ich nur einen nutze wenn das alles vorbereitet ist können wir unsere decke festschrauben und dann sieht das von innen so aus ziemlich cool man kann oben auch sonst noch mal mit silikon schließen wenn man muss bei mir hat das jetzt so wenig platz dass da keine futtertiere zwischen kommen das heißt das passt alles wunderbar für die beleuchtung im inneren teil habe ich eine große t5 röhre glaube ich genommen heißt es oder t8 ich glaube es ist die schmalere variante auf jeden fall ein meter 20 lang eine ziemlich coole grundbeleuchtung und es ist halogen kein led ich nutze bei meinen tieren kein led das ist so ein bisschen diskussionswürdig aber ich mache es auf jeden fall nicht meine 235 watt strahler die habe ich in der keramik fassung eingebaut ist ein bisschen oben dran gebracht aber so habe ich immer noch die möglichkeit alles mögliche zu bewegen wie ich möchte die anderen die musste man wie gesagt oben raus schrauben und das wollte ich auf keinen fall haben deswegen mache ich jetzt so mit den kleinen holzstückchen um die kabel dann auch schön zu kaschieren habe ich eben eine kabelkanäle genommen so sind die übergänge zwischen den ganzen lampen schön verdeckt und es stört mich nicht und stört die tiere nicht als nächsten schritt können wir unseren stone desert sand nehmen von exoterra hier fand ich ganz cool habe ich jetzt das erste mal ausprobiert den kann man einfach quasi verteilen wie man möchte da macht man den nass und dann muss man den halt so ein bisschen kneten der coolen lehmanteil drin also scheint mir auf jeden fall einen guten eindruck zu machen ich habe das terrarum jetzt auch schon ein waldchen stehen und der boden ist schön fest theoretisch könnte man daraus irgendwelche hüllen formen oder sonst irgendwas aber das habe ich jetzt nicht gemacht ich habe meine ganzen hüllen als einzelne elemente gebaut deswegen brauche ich hier nur wirklich ganz gering hohen bodengrund um da eben meine sachen darauf zu positionieren wie zum beispiel meine wetboxen oder eben einzelne wurzelhälzer oder korkröhren als tipp würde ich euch noch sagen dass er nicht direkt zu viel wasser drauf tut wenn es richtig matschig ist dann braucht das ultra lange zum trocknen das bedeutet sprüht immer so ein bisschen nach knetet das ganze zeug und dann werdet ihr glaube ich so ein bisschen fühlen wann es eine gute konsistenz hat und nicht so lange zum trocknen braucht anschließend habe ich auf jeden fall noch mal eine schicht wasser drauf gemacht und noch mal schön platt gedrückt und dann kann man schon weiter zur deko gehen ich habe hier so ein paar telansin heißt es glaube ich die kann man ganz cool als liane machen da muss man auf jeden fall aufpassen dass man keine grünen nimmt weil grün giftig ist und diese grau getrockneten eben nicht giftig sind falls es irgendwie in den mund von leopardgekos kommt außerdem habe ich hier noch ein bisschen aquariendeko gekauft das sind so drachen löwen irgendwas chinesisches glaube ich aber ich fand es trotzdem irgendwie ganz passend ins terrarium die klebe ich mit heißklebepistole fest oder mit heißkleber und ja ich drehe die so ein bisschen zueinander und dann sieht man quasi so den ganisch unten und die zwei sich anguckend fand ich irgendwie ganz cool hier sieht man noch das was man im ersten teil nicht gesehen hat was ich jetzt hier für die front mache die lüftungsgitter die sind ja eigentlich nicht für terrarien geeignet sondern eher für türen aber ich fand die von der optik irgendwie cooler als die plastikkreise irgendwie da habe ich auf jeden fall lochblech gekauft und die dann quasi da eingeklebt so dass das auf jeden fall dichtes bzw luftdurchlässig ist aber so kleine löcher hat das keine futtertiere ausbrechen können dann habe ich noch weitere sachen gekauft wie zum beispiel diese mayer höhle und ein paar wetboxen und hier die wetbox habe ich zum beispiel selber gebaut ich werde auf jeden fall wenn die tiere winterruhe haben noch eine wetbox bauen da kann ich euch sonst auch mal so ein tutorial machen falls ihr interessiert seid gibt es auf jeden fall auch ein paar coole sachen die man machen kann und auch ein paar tipps sicher ich glaube ich geben kann jetzt zum beispiel hier zwei ein und ausgänge damit ebenfalls die tiere sich mal ein bisschen streiten nicht immer eingesperrt sind falls sie mal zusammen da reingehen und es nur einen ausgang gibt so können die sich besser aus dem weg gehen hier ist noch eine mayer trinkschale da wird wasser reinkommen fand ich ganz cool hier ist noch ein kleines schädchen mit calcium das ist super wichtig für die tiere sollte immer bereit stehen und dann noch verschiedene korken was ihr euch auf jeden fall merken könnt für leopard geckos sie mögen super gerne in ordnung dann haben wir nämlich an jedem fleck im terrarium irgendwelche versteck möglichkeiten und auch in verschiedenen temperaturzonen das ist eigentlich auch ziemlich wichtig für die tiere manche sind scheuer manche sind weniger scheu und trotzdem sollte eben jedes tier die möglichkeit haben sich gut zu verstecken das bedeutet das ist nicht die finale ausstattung die ihr gerade seht sondern da ist noch ein bisschen was nachgekommen danach habe ich meine glasscheiben eingesetzt meine glaslaufprofile eingeklebt das habe ich aber schon vorher gemacht habe ich jetzt hier nicht gezeigt ja und wenn man dann ein paar temperaturtests gemacht hat und das ganze ein weichen stand so dass alles an möglichen giftstoffen ausgedampft ist kann man die tierchen einsetzen das war es quasi mit dem video wenn ihr noch fragen habt könnt ihr das gerne und das video schreiben ich würde das aufnehmen und in ein paar monaten oder ein paar wochen je nachdem wie schnell fragen zusammenkommen noch mal so ein gesamtvideo machen wo ich alles mögliche vielleicht auf kurz erkläre und ein paar fragen beantworte und wenn ihr sowas bauen wollt denkt bitte daran informiert euch auf jeden fall in literatur und internet ich habe jetzt hier nach besten wissen und gewissen gearbeitet aber ich bin halt auch kein wissenschaftler macht's gut leute bis bald